Man ja gar nicht. Achso. The Witness musst du dir unbedingt holen. The Witness ist so ein geiles Rätselspiel. Das muss ich echt... Vielleicht streame ich das nochmal oder so. Wenn ihr es wollt. Könnt ihr mitknobeln. So ein geiles Game. Ich versuche mal darüber zu schwimmen. Weil das sah so aus, als könnte man da durchschwimmen. So. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht kennst. Kennst du es nicht, ne? Kannst du aber im Store gucken oder so. So, wo geht es hier lang? Unten vielleicht? Hier? Alter, wie riesig das hier ist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Timmy ist ertrunken. Nukula. Das Wort heißt Nukula. Ach ja, Hummer. Okay, was bringt uns das denn, wenn wir auf eine Anseite hinschwimmen oder hin... Wenn wir denn Dings... Also, die Tür ist schon mal offen. Sobald wir den Klopf drücken. Das ist schon mal gut. The Witness, genau. Mit W. Das Wort heißt Nukula. 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 Okay, wir brauchen auf jeden Fall das U-Boot. Okay, zurück kommen wir nicht. Also müssen wir das Rätsel irgendwie hier lösen. Kommen wir denn... Warte mal, nee, nee, nicht aussteigen. Das war zwei Minuten. What? What? Na, Alter. Schaffe ich das denn? Moment. Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich hab die Lösung. Hallo? Ich hab die Lösung. Ist ganz einfach eigentlich. Ich hab's... Na, ich steig aus. Klopf vertätigen und dann rüberschwimmen einfach. Wieso schwimme ich eigentlich hier drunter, wenn ich eigentlich oben langen kann? Ich bin so schlau. Ich bin so klug. K-N-U-K. Das Wort heißt Nukula. Nukula. B-B-B-B-B. Schaffe ich das? B-B-B-B-B-B-B. Ja, schaffe ich. Hallo? Hallo? Lismara! Hallo! So. Na, willst du wohl einscheigen? Zack! Und jetzt sind wir drüben. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Achso. So. Äh. Geh weg. Geh weg. Geh weg, was soll man, du bist. Geh weg. Geh weg. Geh weg, was soll man, du bist. Ihh. Alter, was ist das? Geh weg. Nicht das Bierlied. Bier, 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 bier. Jetzt soll jedes Wort Bier heißen. Bier, 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 bier. Ha! Hab ich es auch richtig gesehen. Wusste ich doch. Kannst du es aussperren. Blöde Kuh. So. Sieht ganz nett aus, das ist übrigens... Ja, ist es auch. Macht so viel Spaß. Es macht echt Laune. Wie er da drin sitzt und guckt. Das ist so süß gemacht. Ich mein süß. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ah, wie geil. Strand. Juhu. Ah. Wir sind am Strand. Ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal eben. Guten Abend, Wayne-Jucks. Ich grüße dich. Wie geht es? Auch ganz gut. Ich hoffe dir auch. Alter, 20 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Folge 100 und... äh, 310 heute. Mein Gott, Wahnsinn. Die meisten Kühe sind aber... Was? Die meisten Kühe sind aber klug, Flexi? Ich bin ja kein Kuh. Ich bin so klug. K-L-U-K... Komm schon! Oh, wow! What the... Oh, Alter! Also staub ich hier Komm schon Okay, geht nicht So, warte Alle du bei mir Machst du Inside unsicher? Ja, ich hab's mal gekauft War im Angebot Weil ich hab Limbo ja gespielt, wisst ihr ja Schon länger her Ist auch um den Channel zu finden Ich mach so ungern Werbung für meinen Channel Wer gucken will, der guckt einfach Und wer nicht, der nicht Wie gesagt, bleibt eben selbst überlassen Bin ja da so Befreit, was das angeht Ich mach das ja auch nur so Aus Hobby mäßig Also nix weltbewegendes Genau wie, gibt ja keine Werbung Was wackelt denn hier so? Und was ist das hier? Halt Geht nicht Okay Geh mal erstmal weiter U wie U-Bahn Oder U wie Bis Okay Okay Warte 19 Ist mein Alter übrigens Mein Nein Nein, das ist mein Mein geistiges Alter So Mein körperliches Ist ein bisschen anders 19 Wenn wir auf die Plattform gehen Ist 18 Ach, jetzt sag mir nicht Wir müssen hier 18 Leute drauf kriegen Oder sowas Warum wackelt das denn hier so? Wird Oh Gott, ich hab Angst Ah, jetzt geht der Fahrstuhl auch Wenn das ein Fahrstuhl ist Juhu Erstmal im Keller Ist immer eine gute Sache 12 Also geistiges Alter Würde ich sogar sagen 5 Körperlich eine Million Ich geh erstmal nach links So Da ist ein Seil Da kommen wir nicht dran Brauche ich gar nicht versuchen Das ist viel zu weit weg Hier sind Schienen Was für eine komische Welt Ist das hier? Ähm Das geht nicht Ich bin zu klein Und hab keine Kraft Okay Okay Ich geh doch rechts lang 6 Mal schon Alter Schwede Krass Drölf Was? Drölf 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 Dafür hab ich Alien Isolation Glaub ich 4 oder 5 Mal Das ist so mein Spiel 2014 gewesen Die Kurbel betätige ich noch nicht Ich guck jetzt mal was hier ist Warte mal Hier ist eine Leiter Immer weiter Du Leiter Wo geht's hier? Okay Nein Wo kriegen wir die Leute denn her? Ah Guck mal an Da oben ist auf jeden Fall so ein Ding Hier sind schon mal 5 Leutchen Die Frage ist wie kommen wir da oben hoch Ich geh erstmal hier gucken Limbo Alter Limbo Hab ich so abgekotzt In den letzten paar Minuten Die letzten Spielminuten von Limbo Boah die waren so fürchterlich Ich war froh Das Spiel zu Ende war Weil ich nicht wusste Was ich machen sollte Aber es war trotzdem Ein tolles Spiel Muss ich sagen So Komm ich hier Silence wäre bestimmt noch was für dich Für wen? Für mich? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Oh Ach ich wollte schon sagen Fotooperat Erstmal blitzen Ja Ich hab eine zu hohe Geschwindigkeit Beim Schaukeln Juhu 50 kmh Uah So Ich mach wieder meine Überflüssigen Witze So Jetzt aber So Hier mal das Ding benutzen Er hat Ding gesagt Einfach so So What the fuck Folgen die mir jetzt Oder was? Ach krass Hallo Freunde Schschschschsch Oh wie geil Ich muss da rauf Könnt ihr mir helfen? Boah wie geil Kommen die jetzt mit Oder was? Ach krass Warte mal Jungs Moment Moment Ich muss erstmal hier Kurbeln Sieht ein bisschen aus wie Toad Von 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 Mario Ne Mit dem Pilz auf dem Kopf Pass auf Dass du nicht eingeklemmt wirst Ist ein bisschen creepy Wenn so viele Männer Um so einen kleinen Jungen Drum stehen Ist ein bisschen Hallo Und dann fassen die mich nur so an So Warte mal Könnt ihr mir auch helfen Mit dem Dings? Warte mal Vielleicht reichen die ja sogar Um den Wagen zu ziehen Oder hier vielleicht Warte mal Hier Könnt ihr mir helfen? Hier Ich muss hier rauf Ah ja Ah das ist ja geil Okay Wo komme ich hier hin? Hier ist Eine Luke Hier auch Ach krass Was passiert wenn ich hier runterfalle? Ich probiere es mal Oh Wie sie mich im Port tragen So Wo geht es da lang? Gar nicht oder? Okay Kann es sein Dass ich hier reinfallen muss Vielleicht Ich probiere es mal Was geil An Seil König Tippen Geil An Seil Alter Was ist Huch Ach so Krass Okay Wo komme ich hier hin? Ähm Ja Ein langer Weg Was ist denn da oben? Da sind wir hier drin Hallo Ah guck mal Aha Warte mal Ich probiere mal was Vielleicht geht das ja so Okay das geht so nicht Warum? Vielleicht andersrum Vielleicht erst ziehen Dann Kiste drunter schieben Vielleicht irgendwie sowas Und dann da irgendwie da oben ran springen oder so Kann das sein? Kann das sein? Ach cool Entschuldigung Alter Da wird die da rausfallen Jetzt lässt du die Alpha alleine Wie kannst du nur? Ja ich hole neue YMCA Tänzer Guck mal hier an Die haben schon Bauarbeiterhelm auf YMCA Mach mal alles nach was ich mache Oh Oh If you're mad If you're black or white Yeah Oh Entschuldigung So Hallo Jungs Juhu Kommt mit Ich habe einen Plan Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen Trag mich empor Ja Timmy Liebe hoch Timmy Liebe hoch Alter Er war voll am rülpsten gerade der eine Vor allem der eine mit seiner Bauchtasche Da vorne sieht so Oh Gott Hilfe Dieses Spiel Na ich will noch ganz oben Hallo Hier Oh Entschuldigung Timmy Liebe hoch Juhu Timmy Liebe hoch Juhu So So Fahren wir mal nach oben Jungs Oder Ja Nach oben Juhu Nach Oben Juhu So Ich gehe erstmal nach rechts Gucken wir mal was da ist Der eine läuft Oh Gott Da Ernsthaft Müssen die mich da rüberschmeißen Oder Der eine ist am schnurzen Ey Guck mal Guck mal Eine hängt immer hinterher Komischerweise So was haben wir hier Muss man hier einfach Oh oh Boah wie gemein Müssten die mich da rüberschmeißen Vielleicht kann das sein Ich probiere das mal Ich finde es gut Dass es so gute Speicherpunkte gibt Weil dann wäre ich ganz schön Abend dran So warte mal Ah cool Okay Ach die bleiben da stehen Achso So Hier ist noch jemand Hallo Oh wie fies Okay Oh wie gemein Oh wie gemein Oh wie gemein So Jungs Komm mit Zeige euch Chef wo es mal lang geht Alle an Bord Okay Nächste Reise Geh rückwärts Jetzt hier nochmal zusteigen Schau mal die Fahrschefs vorne Bei der Handel hoch An der Küste lösen Nächste Reise Geh rückwärts Jetzt mal Fahrschefs lösen So Kinders Wo sind die anderen Warte mal Die waren da hinten Die müssten ja eigentlich Hier sein Oder Hallo War ja hier Ähm Okay Stehen auf Stehen auf Stehen auf Ja Ich glaube Die gehören jetzt mit zur Truppe Alter Ein kleiner Junge wird verfolgt von 18 Männern Einige mit Bauarbeiterhelmen Und alle mit Latzhosen Das klingt falsch Wenn ich das so sage Die Ideen hier sind echt klasse im Game Ja das stimmt So 20 Leute brauchen wir Äh Da fehlen aber noch welche Wo sind die anderen Wer fehlt denn denn Warte mal Warte mal Alter wie mies das ist mit dem einen Fünf Stück fehlen noch Wo sind denn die fünf Wir waren doch überall oder Waren wir schon überall Ich fahre nochmal nach unten Alle an Bord Okay Roger Jawohl Jetzt geht es nochmal rund hier Jawohl Und tschüss und ciao Wow So Wie oft wir gehen müssen Äh 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 Alter Begafft mich nicht Geht weg Lasst mich Alter lasst mich Lasst mich Hört auf damit Ih lass mich Tibi Juhu Was macht der denn da Macht der ein Selfie So Hier waren wir ne Hier war doch Damit der Dings So warte mal Hä Der eine hat die Faulsucht Ja ich glaube auch Äh 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 Und hier waren wir auch Oder Wie der eine läuft Wie der eine läuft Alter Äh okay Oh wie nett Oh wie nett Vor allem wie die Lämminge Wahoo Warst du schon in der Mitte links Ja war ich schon Ich war überall schon links und rechts Juhu ich geh nochmal schwimmen Eine Runde Vielleicht hab ich irgendwas übersehen Möö 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 Aber hier gab's ja nur das Teil oder Ja 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 Halt doch mal mehr die Luft an Möö 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 etwas über sie ich doch oder Stimmt hier gab es ja noch das Teil, sind wir mal rübergegangen dann war hier die Schwingparade er hat schwingen gesagt, einfach so, schwing dein Ding